Ich engagiere mich im HDS vor allem, weil ich glaube, dass die Zusammenarbeit zwischen einem Wirten oder zwischen Freiberufler oder im Allgemeinen zwischen Geschäftsleuten sehr wichtig ist. Vor allem der Austausch von Ideen und sozusagen der Austausch von einer richtigen Zusammenarbeit, dass ich alle zusammen Fortschritte machen kann. Diese Sachen sparen im HDS, wenn wir uns ein oder zwei Mal im Monat treffen und dann wirklich einen guten Gedanken und Zusammenarbeit haben. Wenn ich für einen Tag der Präsident des HDS sein würde, dann würde ich sicher viel Wert auf Werbung setzen. Das heißt, viel Werbung machen. Es gibt das HDS. Wir sind für euch da. Wir können ihnen helfen und ich glaube, viele kennen das leider noch nicht.